Der Kryptomarkt steht unter Schock. Der Bitcoin fällt das erste Mal seit über einem Monat auf unter 60.000 Dollar. Grund dafür ist Mt. Gox, die damalige Kryptobörse, die insolvenz gegangen ist, über 9 Milliarden Dollar an Bitcoin hält, welche heute angekündigt wohl schon ab Juli 2024 zurück an die Gläubiger ausgezahlt werden sollen. Das ist Verkaufsdruck, vor dem sich der Markt fürchtet und weshalb der Markt jetzt so reagiert hat. Und als wäre das nicht genug, hat die deutsche Bundesregierung in den letzten vier Tagen auch knapp 192 Millionen Dollar an Bitcoin an Kryptobörsen versendet und hält weiterhin knapp 3 Milliarden Dollar an Bitcoin, die wir auch als potenziellen Verkaufsdruck beim Bitcoin sehen könnten. All diese Black Swan Events gleichzeitig, während dann noch Nvidia. Man könnte sagen, das Zugpferd des traditionellen Marktes aktuell, die Tech-Aktie schlechthin, sich aktuell in einer korrektiven Phase befindet. Einige bezeichnen es als ein lokales Top, 16% Korrektur in den letzten drei Tagen hingelegt hat. Denn Bitcoin zieht das Ganze natürlich mit. Der Bitcoin hat aber auch mit seinen eigenen internen Problemen zu kämpfen und die wollen wir heute in diesem Video mal genauestens analysieren. Was davon ist gerechtfertigt, was davon ist überbewertet und was davon ist ganz klar vielleicht sogar unterbewertet. Wie schlimm kann es wirklich jetzt für den Bitcoin ausgehen? Werden die 60.000 Dollar hier jetzt halten oder geht es noch tiefer? Wir finden uns am unteren Ende der Range, die wir jetzt seit über 100 Tagen beim Bitcoin aufgebaut haben. Ich werde euch da wie immer schrittweise durch das Thema durchführen und am Ende aufzeigen, wie ich mich persönlich verhalte, wie es mit meinen Positionen aussieht. Und ich würde sagen, let's do this. Ja Freunde, der Bitcoin befindet sich im Sturzflug und es sieht aktuell so aus, als würden wir keine Käufer finden und einfach weiter und weiter runter stürzen. Die negativen Gründe häufen sich und der Markt ist maximal pessimistisch. Hier um es mal aufzuzählen, mit Mt. Gox, den deutschen Coins, ETF-Abverkäufe auf dem Horizont, glaube ich nicht, dass wir die Support-Levels und die Range halten können. Das ist Andrew Kang, ein sehr bekannter Analyst auf Twitter. Die Range, von der er spricht, ist die, die wir aktuell haben. Hier zwischen ungefähr 71.800 Dollar und hier den 60.000 Dollar, wobei das hier wahrscheinlich eine Deviation ist oder, wenn man es so deuten möchte, auch das untere Ende der Range. Er sagt, wir werden die Struktur nicht halten. Er nennt die Mt. Gox-Coins, die deutschen Coins und die ETF-Abverkäufe als Gründe dafür. Er sagt, dass Nvidia aktuell danach aussieht, als wäre es bei einem lokalen Top. Hier in grün Nvidia, Bitcoin und Orange einmal daneben gelegt. Und führt weiter aus, dass die einzigen Käufer aktuell scheinbar nur auf Hebel sind. Und Short-Term-Trader, die versuchen, das fallende Messer zu fangen. Diese Moves resultieren normalerweise in einer Multi-Milliarden-Dollar-Kaskade. Das wird das Signal sein. Also ihr seht schon, maximaler Pessimismus, auch von Investoren mit deutlich größerem Kapital. Ich glaube, der verwaltet irgendwas über 100 Millionen Dollar. Wir werden da jetzt heute mal Schritt für Schritt drüber gehen. Natürlich fangen wir mit dem Allerwichtigsten an. Und zwar Mt. Gox. Die Rückzahlung, die Meldung, die wir heute bekommen haben, worauf wir diese Panikreaktion vom Markt heute gesehen haben. Wir standen ja noch ungefähr bei 63.000 Dollar, haben dann aber die Meldung bekommen und direkt diesen Einbruch runter. Erst auf die 60.500, dann eine leichte Seitwärtsbewegung und jetzt berühren wir nochmal hier die 59.800 Dollar. Ich kann jetzt schon vorab spoilern. Viele von euch werden überrascht sein, was meine Meinung vor allem zu Mt. Gox ist. Denn Mt. Gox ist ein Thema, was sehr, sehr oft sehr, sehr klein geredet wird. Jetzt scheint es aber zum ersten Mal tatsächlich so auszusehen, als würde hier wirklich nicht nur der Markt in Bewegung treten, sondern die Gläubiger ihre Bitcoin zurückkriegen. Und ob diese, selbst wenn sie in einem geringeren Ausmaß an den Markt verkauft werden, so überhaupt vom Markt absorbiert werden könnten, in dem aktuellen Zustand, den wir haben, das ist die große Frage, mit der wir uns auch heute unter anderem beschäftigen werden. Aber wir wollen uns auch anschauen, wie überkauft ist der Markt aktuell? Was gibt es für Signale? Haben wir Liquidation gesehen? Stimmt es, wie er behauptet, dass nur Hebelkäufer versuchen aktuell dem Markt hinterher zu rennen und nachzukaufen? Was hat es mit diesen 3 Milliarden Dollar Bitcoin von der Bundesregierung überhaupt an sich? Da gab es auch extrem viel Berichterstattung, ähnlich wie bei Mt. Gox, wo es sehr, sehr viele Fake News auch gab, in Sachen, wie viel Dollar jetzt die Gläubiger zurückkriegen und wie viel nicht, und dass man sich ja gar keine Sorgen machen soll. Als auch Nvidia, was ja kurzzeitig das größte Unternehmen der Welt geworden war, jetzt aber aktuell in einer korrektiven Phase, sich befindet 16% seit dem Allzeithoch in den letzten drei Tagen, massivst Insider-Selling vorweist und meiner persönlichen Prognose für den Sommer, die jetzt aktuell scheinbar am Aufgehen ist. Wie immer, Freunde, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video kostenlos unterstützen würdet, an dieser Stelle einfach mal ein Like da gebt, lehnt euch entspannt zurück, schaut von Anfang bis Ende, dann verpasst ihr nichts und dann wisst ihr, was aktuell in der Situation vor sich geht und wie der Markt sich aktuell weshalb verhält. Bevor wir mit den Mt. Gox Coins anfangen, will ich euch einmal hier ein kleines Update zu den Spot-Bitcoin-ETFs geben. Wir sehen, wir sind jetzt seit sechs Tagen hier mit roten Netto-Abflüssen aus dem Markt. Ungefähr eine Milliarde. Wir sehen es hier auch nochmal in dem Chart. In den letzten zwei Handelswochen haben wir knapp ein bisschen über eine halbe Milliarde Dollar Abflüsse bei den Bitcoin-Spot-ETFs gehabt. Interessanterweise sehen wir auch, dass der Kurs nach unten abgefallen ist. Das ist nicht alles reines Abverkaufsvolumen, muss man ganz klar sagen. Wir haben ja auch zwischenzeitlich Sailor gehabt, der beispielsweise nachgekauft hat. Das habe ich ja im letzten Video angekündigt. Er hat es dann auch gemacht, am 20. Juni angekündigt. Interessanterweise sein Durchschnittspreis 65.000 Dollar. Irgendwie ist Sailor immer das beste Countersignal, zumindest kurzfristig, weil der Kurs dann immer trotzdem nochmal weiter runter geht. Jedenfalls ist hier wichtig zu differenzieren, weil nicht alle dieser negativen Abflüsse bei den ETFs zwangsläufig negativen Verkaufsdruck bei Bitcoin bedeuten müssen. Denn was wir aktuell sehen, die Funding-Raten, die sind immer weniger und weniger lukrativ für die Basistrade-Arbitrageure, also die Hedgefonds, die versuchen einfach nur hier mittels des Basistrades Rendite auszuschlagen. Wir sind da jetzt durchschnittlich nur noch bei 6% aufs Jahr von über 10%, die wir hatten. Oder teilweise während den verrückten Phasen sogar hier deutlich über 40% aufs Jahr. Wenn das weniger lukrativ ist, dann schließt man seine Position im Vergleich zu beispielsweise 5,25%, die man risikofrei immer noch auf US-Staatsanleihen bekommt. Das würde bedeuten, dass hier Spot-Bitcoin-ETFs abverkauft werden, aber im gleichen Ausmaß eben dann CME-Future-Short-Positionen geschlossen werden, dementsprechend delta-neutral. Wir können aber feststellen, das Sentiment, das ist im Eimer. Wir sind auf einem Niveau, was wir zuletzt September 2023 hatten. Da waren wir kurstechnisch noch ganz woanders beim Bitcoin. Und zwar hier im 25.000er-Bereich nach dem FTX-Crash, also massivst negatives Sentiment. Und eine Verkäufergruppe, die wir aktuell immer noch massivst stark haben, sind die Miner, die jetzt wohl auch den neuesten Daten zufolge in den letzten zwei Wochen, beziehungsweise drei Wochen seit Anfang Juni knapp 30.000 Bitcoins abverkauft haben sollen, was dafür gesorgt haben soll, dass, wenn wir vor allem keine neuen Zuflüsse hier in den Markt haben, der Bitcoin-Preis sowieso schon an einem schwachen Punkt war, ehe dann jetzt mittels Mt. Gox Panik der letzte Stoß quasi passiert ist, runter hier ins Range Tief auf die 60.000 Dollar. Also ihr merkt schon, keine gute Ausgangslage für jetzt ein Black Swan Event, also ein Ereignis, was man so nicht hätte vorhersehen können, wie das, dass jetzt plötzlich nach über 10 Jahren tatsächlich jetzt in diesem Monat, der uns bevorsteht, 9 Milliarden Dollar an Bitcoin liquidiert werden sollen. Und das ist das, was jetzt so angekündigt wurde. Und zwar in diesem Dokument, wie ihr sehen könnt, the repayments will be made from the beginning of July 2024 in Bitcoin und in Bitcoin Cash. Und da gibt es viele Leute, die direkt sagen, hey, alles, was mit Mt. Gox zu tun hat, ist immer wieder einfach nur FAT. FAT, 4 Uncertainty und Doubt, schau mal auf den Kurs. So hat sich der das letzte Mal und die letzten drei Male verhalten, wo wir FAT zum Thema Mt. Gox hatten. Da muss man ganz klar sagen, das ist teilweise auch korrekt. Jedes Mal, wenn Neuigkeiten zu Mt. Gox rauskommen, ist die Panik, die dann dementsprechend durch diese Neuigkeiten ausgelöst wird. Panik, die eher ein lokales Bottom als ein lokales Top im Kryptomarkt markiert hat. Und auch hier, dieses Mal, ihr seht es, das ist die Mt. Gox Wallet, wo sich die Bitcoins befinden. 141.000 Bitcoins. Hier hat sich nichts bewegt. Da ist nichts rausgeflossen an irgendwelche Börsen. Das heißt, der Abverkauf ist nicht von Mt. Gox, sondern in Panik, im Frontrunning, weil der Markt dieses Event einpreisen möchte, zukunftsorientiert, falls diese Abverkäufe eben dann passieren. Und da gab es einige Fake News zu diesen Abverkäufen, wie beispielsweise hier getweetet von Martiparty, der sagt, confirmed by Reuters, under Japanese law, also unter japanischem Gesetz, wie bei FTX, kriegen die Mt. Gox-Gläubiger nur 483 Dollar pro Bitcoin in Bitcoin. Warum? Weil das der Bitcoin-Kurs war damals, als sie das Geld verloren haben, als das Ganze insolvent gegangen ist. Das sind nur 0,008 Bitcoin pro Bitcoin. Das heißt, die 9 Milliarden sind dann nur 72 Millionen, die die Nutzer kriegen. Und das ist schlichtweg falsch. Ich finde es interessant, wie sowas einfach am 24. Juni, also heute rausgetweetet ist, wenn man einfach auf den Artikel gehen kann, das Ganze öffnen kann und dann sehen kann, der Artikel ist von 2017. Also absolut nicht aktuell. Hat nichts mit der Realität jetzt hier zu tun. Haben aber auch schon 100.000 Leute gesehen. Es gab nämlich tatsächlich auch die Bestätigung seitens offizieller Seite von Mark Capellis, der sich sogar dazu geäußert hat, weil eben einige Leute das hier weiter verbreitet haben und gesagt hat, nein, das sind alte Neuigkeiten. Der Prozess hat sich geändert zu Civil Rehabilitation, also zivilrechtliche Rehabilitation und die Claims Payments sind nicht an das alte Bitcoin Value gecappt. Das heißt, die Bitcoins werden zu dem Wert ausgezahlt, wie sie die Leute prozentual verloren haben. Jetzt ist die Frage, okay, wer kriegt jetzt wann seine Bitcoins? Denn die Bitcoin Auszahlungen passieren in verschiedenen Stufen. Es gibt Early Creditor, Late Creditor, Early Creditor, die extra einen Haircut in Kauf nehmen mussten. Das heißt, für ihren Payout einen Prozentsatz abgeben mussten, um eine frühere Auszahlung zu kriegen. Wobei das früh hier ironisch ist, es sind trotzdem über zehn Jahre vergangen. Aber es gibt auch Kreditfonds, die involviert sind, die auch ihre Auszahlung erst später kriegen und Gläubiger, die auch ihre Claims abverkauft haben. Wir schauen uns hier mal jetzt eine Hochrechnung an von Alex Thorne. Das ist der Head of Research von Galaxy, also einer sehr, sehr vertrauenswürdigen Person im Kryptomarkt. Vor allem auch hier Research und VC bei Fidelity. Und die haben das Ganze einmal durchgerechnet. Und zwar sehen wir hier, dass 940.000 Bitcoin damals verloren gegangen sind. Und 141.000 konnten wieder hergestellt werden. Damals waren diese 940.000 Bitcoin natürlich deutlich weniger wert in Dollar. Weshalb, obwohl hier nur 15% der Bitcoin-Menge, die damals verloren gegangen ist, zurückgeholt werden konnte, in US-Dollar trotzdem das 140-fache zurückgeholt werden konnte. Dementsprechend diese Summe von 9 Milliarden Dollar, die jetzt aktuell, ja gut, das war jetzt bei dem Kurs von 67.000, jetzt aktuell ist es ein bisschen weniger. Jetzt sind es 8,5 Milliarden Dollar. Nimmt sich jetzt aber in dieser Größenordnung nicht viel. Recovered werden konnten. Jetzt könnt ihr hier schon erkennen, Early Payout Cut, 11%. Das ist das, was sie sagen, was die quasi abgeben mussten, damit sie in dieser Early Payout-Sparte sind, die eben im Juli beginnt. Und was jetzt die Schätzungen von Galaxy sind, ist, dass 75% aller Auszahlungen in diesem Topf drin sind. Das heißt, wir sind jetzt hier schon mal von 141.000 auf nur noch, in Anführungsstrichen, nur 106.000 Bitcoin runter. Das sind schon mal 6,7 Milliarden Dollar. Jetzt ziehen wir hier den Haircut ab und wir sehen, es sind nur noch 94.000 Bitcoin, die übrig bleiben. Und dann wird noch einmal aufgeteilt zwischen Kreditfonds, die 20.000 Bitcoin haben, Bitcoiner Bank Bankruptcy, die auch viele Gläubiger-Claims abgekauft haben, 10.000 Bitcoin und dann bleiben übrig von individuellen Gläubigern gehalten 64.600 Bitcoin. Das ist die Summe, von der hier Galaxy und das Research-Team von Galaxy ausgeht. Individuelle Gläubiger zurückgezahlt bekommen werden ab Juli, wenn das wirklich losgeht. Und da muss man jetzt direkt schon mal sagen, es ist auf jeden Fall keine 9 Milliarden Dollar Summe. Es ist weniger als die Hälfte von 141.000 Bitcoins. Und bei aktuellem Kurs sind 64.000 Bitcoin ungefähr 3,9 Milliarden Dollar. Das macht das Ganze auf jeden Fall schon mal deutlich erträglicher. Alex Thorne ist da super optimistisch. Er geht davon aus, dass viele dieser individuellen Gläubiger mehr Diamond-Handed sind, als der Markt erwartet, weil er sagt, das sind Early-Investoren gewesen, die sehr Tech-Savvy waren, also Early-Adapters, die Tech-orientiert waren und die haben ja jetzt so viel Steuern noch. Das halte ich persönlich eher für sehr übermäßiges Wunschdenken. Jemand, der ein 140x auf sein Investment über 10 Jahre gemacht hat, der kann jetzt sein Leben verändern. Der wird das natürlich liquidieren. Die Summe, die aber hier potenziell liquidiert werden kann, ist erstmal nicht so dramatisch, wie der Markt jetzt aktuell am Einpreisen ist. 64.000 Bitcoin, das entspricht ungefähr, ja da nimmt sich zwar noch wieder was, aber den Holdings des BKA, der deutschen Regierung, der Beschlagnahmung, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, bei der der Markt ja auch schon sehr negativ reagiert hat, vor allem als die Transaktionen rausgegangen sind, aber es sind eben nicht knapp 10 Milliarden Dollar. Deshalb ganz klar, diesen Fakt überschätzt der Markt aktuell. Jetzt aber der Gegenpunkt, den der Markt wahrscheinlich unterschätzt. Und zwar, wie viel Impact die ETFs eigentlich wirklich auf den Kurs gemacht haben. Wir haben ja über die ETFs bisher insgesamt knapp 17,6 Milliarden Influss gesehen. Da würde man jetzt denken, 3,9 Milliarden von Mt. Gox, dann vielleicht nochmal 3 von der Bundesregierung. Gut, das wird halt schmerzhaft, da kommt dann eine Korrektur, aber die Welt geht nicht unter. Hier ist eine Hochrechnung von Andrew Kang, dem Analysten, den ich euch hier schon gezeigt habe. Kleine Warnung hier, wahrscheinlich ist der extra biased. Der hat in seinem Blogpost versucht darzustellen, wie viele Influss dann beim Ethereum ETF kommen und dass er glaubt, dass da viel weniger Influss kommen. Was ich aber interessant finde, ist gar nicht der Ethereum Teil, sondern dass er sagt, dass 4,5 Milliarden der Influss von den insgesamt 17 Milliarden, beziehungsweise Netto-Influss abzüglich der Abzüge von Grayscale 14,5 Milliarden, er sagt 4,5 davon sind rein dem Basistrade zu verschulden. Das heißt, Delta-neutral, Hedgefonds, die versucht haben, hier Rendite zu erzielen, Influss, die so keinen Impact auf den Kurs haben. Und dann sagt er noch, dass weitere 5 Milliarden, das ist der Teil, wo ich ganz klar sagen muss, beim Basistrade kann ich es nachvollziehen, weil er schaut da einfach auf die CME Futures und sagt, wie viel Future Open Interest ist dazugekommen. CME ist ja die von den institutionellen bevorzugte Börse. Bemisst es daran und sagt, da kann man leicht dran ableiten, wie viel davon zu dem Basistrade gehört und wie viel davon Kaufdruck ist. Aber bei dieser anderen Zahl, diese Spot-Rotation, 5 Milliarden davon, das halte ich für etwas zu hoch gegriffen. Wie auch immer, selbst wenn man diese 5 komplett wegnimmt, stehen wir jetzt aktuell dann nach dieser Rechnung mit nur 10 Milliarden Dollar Influss durch die gesamten ETFs da, die den Kurs hier hoch bewegt haben, da, wo wir uns jetzt aktuell befinden, beziehungsweise gar nicht mehr befinden, weil wir jetzt bei 60.000 Dollar nur noch sind. Das heißt, wenn jetzt hier nochmal 4 Milliarden Dollar Abverkaufsvolumen tatsächlich mit Market-Abverkäufen kommen, dann kann es sein, dass der Bitcoin, wenn die ETFs nicht nachkaufen, schnell mal Richtung 50 oder vielleicht 48.000 Dollar geht. Und was ich glaube, hier überschätzt und unterschätzt wird, ist, dass unterschätzt wird, was für einen Verkaufs-Impact diese Bitcoin tatsächlich haben könnten, wenn sie an den Markt kommen. Aber ich glaube, es wird wieder überschätzt wegen dieser Ankündigung, wie schnell diese auf den Markt kommen. Denn wir wissen, Mt. Gox, das Ganze hat sich jetzt schon so ewig gestreckt. Selbst wenn sie jetzt ankündigen, Juli 2024, den bisherigen Ereignissen simpel und strikt zu urteilen, wird es wahrscheinlich wieder nochmal ganz klein schrittweise oder komplett verzögert sein. Nichtsdestotrotz, es sind Bitcoins, die auf jeden Fall irgendwann in den Markt kommen, wo ich auch ganz glaube, weder optimistisch, einfach realistisch sagen muss, das wird für Verkaufsdruck sorgen. Verkaufsdruck, der massiv sein wird. So, jetzt aber zurück zum Bitcoin, denn wir haben ja jetzt schon heute massiven Verkaufsdruck beim Bitcoin gehabt. Alleine heute, wenn wir das einmal bemessen, haben wir eine Korrektur, ein Crash von 6% am heutigen Tag erlebt. Interessanterweise, wenn wir uns anschauen, der RSI, also der relative Stärkeindex beim Bitcoin, befindet sich aktuell in einem abverkauften Niveau beim 4-Stunden-Chart, das wir zuletzt so beim FTX-Crash hatten. Also das in Sachen Panikabverkäufe in diesem Moment. Das gleiche sieht man auch auf dem Daily-Chart, auch hier auf einem extrem niedrigen Niveau, das wir zuletzt bei Liquidationsbasierten Kaskaden hatten, wie teilweise auch dem FTX-Crash. Und wir sehen auch ganz klar, dass aktuell Perpetuals, also die Futures-Märkte, diesen Crash hier mit runtergetrieben hatten. Wir haben zum Beispiel die größte rote 4-Stunden-Kerze bei den Futures gesehen, seit unserem letzten lokalen Top hier bei 72.000 Dollar. Und wir haben auch massive Liquidationen wieder gesehen. Über 346 Millionen Dollar in Liquidationen, 300 davon alleine Long-Liquidationen. Und das ist natürlich etwas, was nicht gut ist, wenn das vor allem auf ein Fundament stößt, bei dem einfach die Nachfrage fehlt. Hier ein Chart, bei dem wir von CryptoQuant einmal erkennen können, wie sie versuchen zu quantifizieren, wie viel reale Nachfrage beim Supply besteht, wo wir sehen können, das ist komplett in den Keller gegangen. Vor allem in der letzten Aufwärtsbewegung, wo es ja kurz erstmal in unserem fünften Versuch danach aussah, hey, der Bitcoin, der kann es jetzt schaffen, weil die Überhebelung deutlich geringer ist als vorher. Was hier aber gefehlt hat, ist einfach die Spot-Kaufnachfrage. Und während wir keine Spot-Kaufnachfrage haben, haben wir aber massiv große potenzielle Verkaufsnachfrage. Und da kommt auch schon direkt der nächste große potenzielle Verkaufstreiber, und zwar ironischerweise die deutsche Bundesregierung. Genauer gesagt, dass BKA das jetzt wohl angefangen hat, Bitcoins zu liquidieren. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr habt es wahrscheinlich sowieso schon auf Twitter oder auf YouTube gesehen. Das BKA hat vor fünf Tagen angefangen, mittels Transaktion, wie ihr hier erkennen könnt, an Kraken, an Coinbase. Hier nochmal ein Coinbase. Insgesamt 192,5 Millionen Dollar an Bitcoin rauszuversenden. Wenn sie Bitcoins an eine Börse versenden, dann machen sie das nicht, um die Bitcoins dort sicherer zu lagern, sondern sie machen es, um sie abzuverkaufen. Interessanterweise gab es dazu kein Kommentar von der Generalstaatsanwaltschaft. Da hat BTC Echo einmal nachgefragt, hey, was ist da los? Wollten sie sich nicht dazu äußern. Insgesamt 1.500 Bitcoins sind jetzt bisher schon vom Wallet runtertransferiert worden in Börsen. Es bleiben aber noch 47.000 Bitcoin übrig. Jetzt sind hier vielleicht viele neu dabei, die sich die Frage stellen, warum hat die Bundesregierung oder das BKA überhaupt so viele Bitcoins, knapp 3 Milliarden? Nur um euch da nochmal dran zu erinnern. Die haben damals die Bitcoin von der Polizei Sachsen, die diese vorläufig gesichert hatte, Mitte Januar 2024 bekommen. Das waren 50.000 Bitcoins knapp. Die haben sie nach freiwilliger Übertragung durch einen der Beschuldigten in ihrem Fall bekommen. In dem Fall ging es um die Streaming-Plattform movie2k.to. Vielleicht kennt ihr sie noch, wo man illegal Filme gestreamt hat damals noch. Die Plattform gibt es schon lange nicht mehr. Jetzt haben sie die Bitcoins beschlagnahmt. Ich bin ehrlicherweise sehr verwundert gewesen, dass diese so schnell, relativ schnell für Deutschland, sechs Monate ist ja schon schnell, nach der Beschlagnahmung direkt schon an Börsen geschickt wurden. Die Frage ist, wofür? Weil der Fall ist, wie gesagt, noch in der Schwebe. Da hat sich noch gar nichts geklärt. Da gab es ein paar Ansprüche von irgendwelchen Filmstudios wie Konstantin, die gesagt haben, wir wollen ein bisschen was von diesem Geld haben, weil unsere Rechte wurden damals verletzt durch movie2k.to. Aber wie gesagt, da befindet sich alles noch in der Schwebe. Ob und wann diese Bitcoins verkauft werden, weiß keiner. Fakt ist aber, dass über 1500 jetzt schon an Börsen gegangen sind. Und das hat natürlich für Panik im Markt gesorgt. Also um es zusammenzufassen an dieser Stelle, wir haben knapp sieben Milliarden Dollar, also einmal drei hier von der deutschen Regierung, dann nochmal vier Milliarden von Mt. Gox, die jetzt scheinbar unmittelbar in Abverkaufspanik bestehen. Und gleichzeitig haben wir ein Fundament, bei dem die Nachfrage einfach aktuell nach Bitcoin fehlt. Wir sind in einem Sommerloch. Es sieht tatsächlich so aus, als würden die einzigen Käufer, die aktuell im Markt bestehen, Krypto-interne Käufer sein, die das Ganze versuchen mit Hebel nachzukaufen, was eben dann dazu führt, dass wir so eine Kaskade kriegen und dass wir so einen Crash kriegen, der so massivst überverkauft in unseren Indikatoren aussieht. Und als wäre das nicht schon genug, Freunde, sieht es aktuell so aus, als würde Nvidia, das kurzfristig größte Unternehmen der Welt, hatte ich ja hier noch rausgetweetet, das war am 18. Juni, jetzt in einer Korrektur sich befinden, die sich gewaschen hat. 16% in den letzten drei Tagen. Ich habe ja schon gesagt, über 500 Milliarden Dollar an Market Cap. Das ist so viel, wie Ethereum insgesamt hat. Stellt euch vor, Ethereum würde einfach von einem auf den anderen Tag, wobei hier in drei Tagen von 3.300 Dollar auf Null gehen und gar nicht mehr existieren. Das ist schon verrückt. Außerdem ist verrückt, dass Nvidia scheinbar aktuell das höchste Insider-Dumping, also Insider-Abverkäufer hat, seitdem die Aktie gehandelt wird. Da muss man fairerweise sagen, gut, die Aktie ist aber auch auf einem Stand, auf einem Höchststand, auf dem sie noch nie war. Ist selbstverständlich, dass dort dann der Founder und der CEO und alle anderen A-Level-Mitarbeiter ihre Profite mitnehmen wollen und realisieren wollen. Nichtsdestotrotz, Nvidia wirkt charttechnisch extrem blasenartig. Ich will hier kein negatives Oben verbreiten in irgendeiner Weise. Aber wenn die KI-Entwicklung enttäuschen würde, Nvidia sich in negativen Momenten befinden würde und wir dann vielleicht noch nächstes Black Swan Event unseren Makro-Crash kriegen würden, dem wir jetzt schon seit so langer Zeit entgegenschauen, invertierte Zinskurve, Zinskürzungen durch die FED und ansteigende Arbeitslosenquote, dann wäre das wirklich ein Mix für massives Chaos. Chaos, was sich auch so auf den Kryptomarkt übertragen würde. Jetzt aber kurzfristig, wir wollen den Teufel nicht an die Band malen. S&P 500 befindet sich nach wie vor im Allzeithoch, hat hier eine kleine Korrektur hingelegt. Wenn man hier optimistisch bleiben will, dann sagt man, gut, die Korrektur wird zu Ende gehen. Kurzfristig hat sie den Bitcoin mit runtergezogen und im nächsten Anlauf, wenn Nvidia wieder nach oben steigen wird, wird es den Bitcoin dann hoffentlich auch wieder mit nach oben ziehen. Vorhersehen kann ich das aber an dieser Stelle absolut nicht. Ich würde sagen, kommen wir dann jetzt zu meiner persönlichen Kursprognose, meinen persönlichen Positionen. Ihr seht, ich habe massivst nachgestockt, hier bei meiner Bitcoin-Position. 13 Millionen Dollar, Ethereum wurde rausgestoppt, leicht im Profit. Habe ich nochmal tiefer unten eingekauft. Das hatte ich auch auf meinem Twitter rausgeschrieben. Folgt mir da gerne, falls ihr mir da noch nicht folgt. Und an dieser Stelle ganz kurz, falls ihr bereits auf irgendeiner anderen Kryptobörse handelt, probiert gerne mal BitGet aus. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da spart ihr 20% aller Gebühren. Ist global die viertgrößte Kryptoderivate-Börse. 100% aller Assets nachvollziehbar. Plus ihr kriegt Zugang zum Alpha-Duo, sobald das launcht. Und ihr unterstützt den Kanal, weil ein Teil der Gebühren an mich zurückgeht. Ist einfach eine super Börse. Ich benutze sie jeden Tag. Plus ihr wisst ja, ich habe Tutorials auf meinem Kanal, wie ich die Börse verwende. Könnt ihr alles finden auf meinem Kanal. Unter der Playlist Must-See-Tutorials oder auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt zurück zu meiner persönlichen Kursprognose. Ich habe es hier am 20. Juni schon getweetet. Ich habe es aber auch im letzten Video und im vorletzten Video erwähnt. Was ich glaube, was der Worst Case für uns wäre und wie ich mir das vorstelle, wäre ein langweiliger Sommer, maximaler Pessimismus und träge Preis-Action, bei der wir ähnlich wie März letzten Jahres bis Oktober letzten Jahres uns nach oben bewegen, runter, hoch, runter, seitwärts. Das sind alles hier jeweils drei Tageskerzen, ehe wir dann Ende Oktober, November endlich abheben vom Kurs. Und wenn wir uns diesen Chart jetzt einfach mal in Echtzeit anschauen, dann seht ihr, ja, es ist leider bisher genauso eingetroffen. Wir sind hier runtergecrashed. Tiefer als ich auch gedacht habe. Ich persönlich habe gedacht, wenn wir das positive Momentum hier aufrecht erhalten wollen und kurzfristig ansteigen wollen, dann müssen wir hier die 63.000 Dollar halten. Da sind jetzt aber viele sehr unvorhersehbare Ereignisse auf einmal getroffen. Einmal eben die Mt. Gox-Coins, die uns nochmal den letzten Stampfer runtergegeben haben, hier unter das 63.000 Dollar Niveau, aber eben auch Nvidia, obwohl wir plötzlich eine 16-prozentige Korrektur gesehen haben in den letzten drei Tagen. Jetzt muss man sagen, wäre so etwas und so ein Verhalten auch ein extrem typisches Verhalten für Bitcoin. Hier seht ihr einmal alle Sommer jedes Jahr beim Bitcoin bis hier 2015. Und was ihr sehen könnt, wenn ich mal hier ein bisschen reinzoome, ist, ihr seht, wie eigentlich meistens in jedem Sommer die Price Action eher unvorhersehbar war. Wir haben uns zwar nach oben bewegt, dann wieder seitwärts, aber auch nach unten und es hat nicht wirklich ausschlaggebend in irgendeine Richtung gezeigt, sondern war eher eine riesige Konsolidierungsphase, die dann irgendwann Ende des Sommers, Ende September bis Oktober, November in eine massive Bewegung, entweder nach oben oder nach unten, gemündet ist. Hier das beste Beispiel, 2019 ging es runter, 2018 ging es runter, 2020 ging es hoch, 2021 ging es hoch, 2022 ging es runter und im letzten Jahr ging es hoch. Dementsprechend zeige ich euch das einfach nur, damit ihr eure Erwartungshaltung anpasst, denn was wir jetzt gerade hier sehen, das sieht einfach immer noch nicht schön aus. Wenn wir hier in die Futures reinschauen, dann seht ihr das Funding, das war kurzzeitig negativ, deswegen sah es hier auch gut aus, deswegen habe ich hier auch meine Position vergrößert, ist dann aber jetzt aktuell wieder angestiegen, im positiven Bereich, ihr seht hier 7,8%, während wir mit dem Kurs einfach weiter runterrattern und das, obwohl sich gar nicht mal so viel Open Interest aufgelöst hat. Also ihr seht, von dem Niveau, was wir ungefähr bei den 64.000 Dollar gehalten haben, haben wir uns hier vielleicht 5, 6% im Open Interest nach unten bewegt, knapp 640 Millionen, nichts Massives, keine Kaskade, wie wir sie zum Beispiel hier im April hatten, wie ich es jetzt euch hier mal markiert habe, wie ihr seht, wie das Open Interest hier massivst einbricht oder auch hier ein massiver Einbruch im August prozentual gemessen, wenn wir das Ganze einmal uns anschauen, knapp 30%. So etwas hatten wir jetzt immer noch nicht und das ist, muss ich ganz klar sagen, für mich aktuell auf jeden Fall besorgniserregend. Ich sehe da auch viele Tweets auf Twitter in Sachen Hopium, hey Leute, das RSI ist so tief und die letzten Male in den letzten zwei Jahren, wo das RSI so tief war, sind wir 60%, 62% und 197% beim Bitcoin gebounced und das mag ja wohl stimmen, aber da befanden wir uns auch nicht an unserem Allzeithoch. Und in diesen Fällen hatten wir auch massive Liquidation plus die Fundingrate war deutlich niedriger. Wie überschreibt sich das jetzt auf den Kryptomarkten auf meine Prognose? Für mich heißt das aktuell, kurstechnisch ist Bitcoin auf einem Niveau, wo ich einfach Value sehe. Ich sehe das Risk Reward Ratio hier, wenn wir uns am unteren Ende der Range befinden, nicht wirklich gut, jetzt hier plötzlich anzufangen und die Short-Position aufzumachen. Ihr wisst es sowieso, ich bin keine Person, die in einem Bullenmarkt shortet. Für mich sind wir in einem Bullenmarkt, solange wir bei dem 200er Simple Moving Average sind, vom Tageschart und das sind wir aktuell noch. Bei 57.000 Dollar wären wir es aktuell nicht mehr und deswegen setze ich mir meine klare Invalidierung hier bei den 57.500 Dollar und die besteht aus zwei Konditionen. Erstens, wir fallen unter 57.000 Dollar und closen drunter, mit mindestens zwei Tagescloses und zweitens, die Funding-Raten sind nach wie vor positiv. Sollten wir hier drunter fallen und die Funding-Raten sind massivst negativ, dann werde ich auch hier nochmal weiter einkaufen. Sollten wir jetzt hier aber erstmal einen Bounce sehen, wovon ich auch erstmal ausgehe, dass wir auf jeden Fall zumindest entweder uns hier seitwärts bewegen, so ein kleines Bottom bilden und dann auf die 62.000 Dollar kommen oder eben hier runterfallen in die 57.000 Dollar Area, hier dann so ein kleines Bottom bilden und dann nochmal nach oben steigen in Richtung 63.000, die werden wir auf jeden Fall nochmal sehen, selbst wenn man vom maximalen Pessimismus, der Bullenmarkt ist komplett vorbei, ausgeht. Was für mich dann entscheidend wird, hier zu sagen, nehme ich jetzt Profite mit, mache ich die Position zu, ist zu sehen, wie sieht es aus mit Überhitzung am Markt und wie sieht es aus mit den Makrofaktoren, wie sieht es aus mit dem Aktienmarkt, angenommen der Aktienmarkt läuft wieder an, entweder läuft wieder an, wir haben hier Short-Position, also negatives Funding, der Markt glaubt nicht daran, dass wir jetzt wieder hochlaufen, dann lass die Position weiter offen, nimm vielleicht ein bisschen Profite mit, angenommen wir laufen hier aber hoch und wir haben massiv positives Funding, es kommen keine Flows, keine ETF-Flows dazu und die Abverkäufe von Mt. Gox oder von der Bundesregierung passieren tatsächlich, das heißt, wir sehen Transaktionen auf der Chain, dann würde ich hier ganz klar meine Position maximal verringern, vielleicht sogar schließen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum, du sagst doch und hast doch gesagt, der Bullenmarkt ist nicht vorbei und das glaube ich auch nach wie vor nicht, wie gesagt, für mich sind die 200er Moving Average, das ist mein Invalidierungsbereich, ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, wenn wir hier runterfallen würden und im Worst Worst Case tatsächlich dann mit einem Hammer auf einmal die Mt. Gox Abverkäufe kommen, dass der Bitcoin tatsächlich auch Richtung 52 oder 48.000 Dollar runtergehen kann, wenn wir uns das hier im Seitenprofil einmal anschauen, da seht ihr, wie wenig Volumen hier in diesem Bereich gehandelt wurde, der nächste Ware-Support befindet sich hier bei den 52.000 Dollar, ist das aktuell mein Basisszenario? Nein, absolut nicht und will ich in der Long-Position mit einem Average Entry von 60.000 Dollar sitzen, wenn wir hier auf 52 runterfallen? Nein, auch nicht, deswegen setze ich mir hier meine Invalidierung, die wie gesagt multikonditionell basiert ist und falls wir es nicht halten, schließe ich die Position und mache sie dann entweder bei 52 oder vielleicht sogar bei 48, 47.000 Dollar neu auf. Das ist meine persönliche Prognose aktuell, wie gesagt, ich habe ja jetzt hier massiv nachgekauft, habe ich euch ja hier auch gezeigt. Für mich ist das Signal hier vom RSI eher eines, das sagt, okay, wir werden auf jeden Fall kurzfristig einen Bounce kriegen, weil wir massivst überkauft sind, aber ob dieser Bounce nachhaltig ist und wir dann, nachdem wir hier wieder oben sind, noch weiter nach oben steigen oder dann wieder einfach runterfallen, das hängt dann von Faktoren wie der Überhitzung des Marktes oder im Spot-Up-Verkäufen ab. Die können wir jetzt nicht beurteilen, wir können aber zwei Dinge beurteilen, zum einen der Max-Pain-Bereich von 6,6 Milliarden Dollar an Optionen, die diesen Freitag ablaufen, liegt bei ungefähr 58.000 Dollar. Da sind wir jetzt schon sehr, sehr nah dran. In letzter Zeit hat der Bitcoin nicht seinen Max-Pain-Bereich erreicht, wenn wir so riesige Expiry-Dates hatten, aber jetzt, wo wir schon so nah dran sind, kann es gut sein, dass der Kurs hier mal mindestens für ein paar Tage weiter runtergedrückt wird. Das heißt, V-Shape Recovery gehe ich aktuell mit geringerer Wahrscheinlichkeit eher nicht von aus, sondern eher eben seitwärts für ein paar Tage, mal mindestens eine Woche und dann erst wieder nach oben. Und der andere Fakt, den wir aktuell sehen, ist, dass wir auf jeden Fall im Verhältnis zu altem und neuem Bestand in diesem Bullenmarkt immer noch keine große Nachfrage vom neuen Kapital, frischem Kapital in den Kryptomarkt hatten. Das sind eigentlich die besten Signale dafür, dass wir die parabolische Endphase und das Endwachstum gesehen haben. Es wäre ein Ausnahmezustand, dass wir in einem Bitcoin-Zyklus, in einem neuen Allzeithoch, keine frische Nachfrage sehen. Wir haben es ja auch bei den Google-Trends gesehen. Bitcoin ist aktuell einfach bei Retail und bei neuen Anlegern nicht nachgefragt. Das kommt aber mit dem Kurs, sobald wir hier mehrere Multiplikator, sei es ein 1,5x oder 2x vom vorherigen Allzeithoch entfernt sind oder der Bitcoin über 100.000 Dollar steht. Das, glaube ich, wird auch noch in diesem Bullenmarkt passieren, hat sich aber jetzt ganz klar nach hinten verschoben. Dieses Szenario, was ich hier als Westcase bezeichnet habe, bedeutet ein sehr, sehr langweiliger, seitwärts bewegender, undurchschaubarer Sommer, der dann hoffentlich am Ende in Richtung Präsidentschaftswahl USA nach oben schießt. So, jetzt abschließend noch mal ein paar gute Neuigkeiten. Die SEC hat ihre Ermittlungen gegenüber Ethereum 2.0 eingestellt. Sie wollten ja Ethereum dann als Wertpapier doch noch einstufen, wegen des Stakings und Ethereum 2.0. Ne, sie haben aufgegeben, Ethereum bleibt ein Rohstoff und der ETF wird auch bald kommen. Und nicht nur das, es soll jetzt wohl bald der erste Solana ETF in Kanada kommen. Zumindest hat 3iQ Corporation, Digital Asset Management, hier ihren Antrag gestellt. Mal sehen, was daraus wird. Und noch ein letzter Tipp an jeden von euch. Wir sind immer noch weit von einer Altcoin-Season entfernt. Ihr seht, wie die Stablecoin-Zuflüsse, also die Marktkapitalisierung aller Stablecoins, neuer Stablecoins, in den Markt am stagnieren ist. Die ist zwar leicht am ansteigen und es kann sein, dass die hier irgendwann wieder parabolisch nach oben ansteigt, bis das aber passiert und ehe das nicht passiert, befinden wir uns nicht in einer Altcoin-Season. Ich habe das, ich glaube auch ungefähr vor einer Woche, zwei Wochen auf Twitter gepostet. Da waren wir ungefähr bei 250 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung für alle Altcoins und jetzt sind wir nochmal knapp 40, 30 Milliarden Dollar runtergecrashed. Seid vorsichtig bei den Altcoins. Das war es wie immer von dem Video. Verhaltet euch konditionell, verhaltet euch nicht irrational. Auch ich würde das extrem als schmerzhaft hier beobachten, wenn plötzlich das jetzt wirklich ein Double Top gewesen ist, wir unter die 57k fallen, ich meine Position schließe und wir dann einfach runterfallen und der Bullenmarkt gar nicht mehr zurückkommt, halte ich wie gesagt immer noch für unwahrscheinlich. Man sollte das Szenario aber nicht aus seinem Kopf komplett verdrängen, sondern sich damit befassen, was mache ich, wenn das passiert, was mache ich, wenn das passiert. Das machen wir beim Traden, versuchen uns nicht in eine These zu verheiraten, sondern uns dementsprechend anzupassen, wie der Markt sich verhält. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like für Unterstützung oder eben ein Abo, falls du noch auf dem Kanal bist und dann sehen wir uns im nächsten Video oder auf Twitter. Bis dann. Ciao.